Angst und Unabhängigkeit Zitat Politik machen, den Leuten so viel Angst einjagen, dass ihnen jede Lösung recht ist. Wolfgang Weidner In diesem Kapitel geht es um unsere Ängste, die unmittelbar mit dem schnellen und langsamen Denken von Daniel Kahnemann im Zusammenhang stehen. Sie standen vermutlich schon einmal an einer Steilküste oder sind auf einen Berg gestiegen. Alternativ gehen Sie auf einen Balkon im sechsten Stock oder in den 10-Meter-Sprungturm im Fimmbad und sehen Sie nach unten. Manche werden Schwindel fühlen, andere werden panische Höhenangst haben und wieder einige werden ehrlichen Respekt vor der Höhe haben. Ich gehöre zu den letzteren. Ein weiteres Beispiel für eine natürliche Angst ist die Angst vor dem Feuer. Logischerweise nicht vor einem Streichholz, sondern bei großen Bränden. Naturgemäß haben wir ebenfalls Angst vor reißendem Wasser in Flüssen und selbstverständlich vor Krankheit und Tod. Haben Sie im Zoo oder gar aus dem Safari-Jeep schon mal einen echten Löwen aus geringer Entfernung gesehen? Lange Zähne, große Krallen? Denken Sie alternativ an einen Bären, der mit seinen Krallen am Fluss und mit seinen großen Zähnen die Lachse zerlegt. Da darf man Angst haben. Selbst wenn ich einen nur pflanzenfressenden Gorilla sehe, bin ich froh, dass mir bisher nicht ungeschützt gegenübergestanden hat. Diese Ängste sind natürliche Ängste. Zum Teil sind sie angeboren, wie die Angst vor Spinnen und Schlangen. Zitat Angst vor Schlangen und Spinnen ist angeboren. Max-Planck-Gesellschaft Aber einen Teil erlernen wir in unserer Kindheit und im Laufe des Lebens. Früher sprach man von der linken, rationalen und der rechten, emotionalen Gehirnhälfte. Seit den Veröffentlichungen des Nobelpreisträgers und Psychologen Daniel Kahnemann spricht man vermehrt von einem schnellen System 1 und einem langsamen System 2, in dem unser Denken stattfindet. Das schnelle System reagiert auf Bildeinflüsse, verknüpft sie mit Emotionen und kann Reflexe auslösen. Das langsame System ist analytischer Natur. Hier findet das rationale Denken statt. Wenn Sie zum Beispiel 12 mal 24 im Kopf ausrechnen, 240 plus 48 gleich 288 oder das Wort Marktstammdatenregister lesen müssen. In diesem Kapitel geht es um das schnelle System 1, um die man es beeinflussen und ausnutzen kann. Speziell handelt es sich um die Angstkomponente. Unser Gehirn funktioniert nach Ergebnissen der Forschungen nicht mit neuronalen Netzen, wie man lange angenommen hat, sondern mit Mustererkennern, die wir über die Zeit trainieren. Erst- bzw. Zweitklässer müssen sich das Wort DER mühselig erlesen. Sie als Erwachsene erfassen das mit ihrem trainierten schnellen System 1 auf einen Blick. Ihr Mustererkenner ist geschult und funktioniert. Der Erkennungsprozess ist erstaunlicher Natur. Vom Auge wird ein ungefähres Bild zum System 1 geschickt und es liefert unmittelbar DER als Ergebnis. Aber das System liefert manchmal DER zurück, wenn dort fehlerhaft DIE steht. Das z.B. kann passieren, falls die Autor dieses Artikels einen Fehler gemacht hat. Haben Sie den absichtlich gemachten Fehler bemerkt? Es war das DIE vor dem Autor. Anmerkung, dies gilt natürlich nur für den geschriebenen Text. Falls Sie über Texte hinweg lesen und solche Fehler überlesen, so liegt das daran, dass das System 1 das richtige Wort erwartet hat. Das Bild, das vom Sehzentrum geliefert wurde, passte so halbwegs und das schnelle System 1 nahm sich das, was es erwartete. Das passiert so schnell, dass die Kette an Mustererkennern mit dem detaillierten Erkennen noch gar nicht fertig war. Das ist wichtig. Das geschieht nach sogenannten Hidden Markov Modellen. Zitat Hidden Markov Modell Wikipedia Unser Gehirn halluziniert sich an dieser Stelle das Richtige zusammen. Das ist genau das, was es aus Erfahrung und Training des schnellen Systems 1 bislang aufgenommen hat. Ein weiteres Beispiel suchen Sie bei Google im Incognitum Modus zur Vergleichbarkeit nach Schwangerschaftstestwerbung. Was sehen Sie? Frauen, die bereits hochschwanger sind und einen dicken Babybauch haben. Die beugen sich mit dem Vater über ein Teststäbchen und sind überrascht. Falls Sie jetzt Ihr analytisches, langsames System 2 verwenden, dann sind diese Fotos schwachsinnig. Die Frau ist schwanger und will gleichzeitig keine zweite Schwangerschaft bekommen. Aber die, die solche Tests suchen, trifft man zielgenau mit diesen Bildern mitten ins schnelle System 1. Der dicke Bauch signalisiert Schwangerschaft und die werdenden Mütter und Väter haben das anschaulich über ihr Leben gelernt. Und das schnelle System übersetzt diesen Treffer, je nach Erwartungshaltung, zu einem freudigen Ereignis oder nur Angst. Es geht noch weiter. Wenn man die Datenübertragung vom Auge ins Gehirn analysiert, so reicht die Übertragungskapazität der Nervenstränge für das komplette Bild nicht aus. Das Gehirn addiert deshalb zum Bild hinzu, was es aus den Bildern zuvor behalten hat. Es gibt Versuche zur Aufmerksamkeit von Probanden. Dazu erhalten Sie auf einem Monitor einen Film vorgespielt, in dem Menschen mit weißen und schwarzen T-Shirts sich einen Basketball zuwerfen und bei Durcheinanderlaufen und ständig die Positionen wechseln. Die Aufgabe lautet zu zählen, wie oft eine Person mit weißem T-Shirt den Ball gefangen hat. Zitat 1 Das Video für die Probanden können Sie im Internet sehen. Zitat 2 Zählen Sie mit Dann lässt man eine als schwarzen Gorilla verkleidete Person zwischen den Spielern hindurchlaufen. Die ablenkende Aufgabe des Ballzählens lenkt das schnelle System 1 vom Rest des Geschehens ab. Der Gorilla ist schwarz und die zu generierenden T-Shirts sind ebenfalls schwarz. Eine große Menge an Probanden sieht den Gorilla nicht. Das Gehirn gibt diese Informationen nicht weiter. Das schnelle System 1 hat den Basketball fixiert und liefert nur weiß als Antwort bei der passenden Person. Mehr nicht. Kommen wir zurück zu unseren Ängsten. Neben den natürlichen Ängsten gibt es übernatürliche Ängste. Eine der in der jüngsten Vergangenheit des Homo Sapiens am weitesten verbreitete Ängste war die Angst vor der Hölle. Hier schüttete man die Angst vor Feuer, Zähnen, Klauen, Krankheit, Schmerzen usw. als übernatürliche Angst über den Menschen aus. Warum? Weil religiösen Führer damit Macht auf den Untertan ausüben können. Hat jemals eine lebende Person von dieser Hölle berichtet? Nein. Aber die Aktivierung des schnellen Systems 1, tu das nicht, sonst kommst du in die Hölle, war extrem hilfreich. Das schnelle System reagiert meist über das Auge. Deshalb wurden in den Kirchen Bilder von Höllen-Szenen gezeigt. Standes Inferno ist ein solches Beispiel. Es wurde oft illustriert. Obwohl niemand von dieser Hölle berichten kann, sitzt diese übernatürliche Angst tief in den Menschen. Ich bin lange mit meinem Leben ohne diese Hölle aufgewachsen. Erst im Religionsunterricht in der weiterführenden Schule brachte man mir das Konzept zum ersten Mal nahe. Meine Eltern hielten glücklicherweise dagegen. Das System 1 wurde damit nicht programmiert. Zitat Daniel Kahnemann Kommen wir zu einer modernen, unnatürlichen Angst. Sie wird uns wieder und immer wieder von Politik, Medien und NGOs wiederholt. Extremwetter wie Unwetter, Fluten, Sturmfluten, Starkregen, Dürren sollen in den letzten Jahren bei uns zugenommen haben. Denn der menschgemachte Klimawandel verstärkt sie. Diese Aussage ist nicht wahr, falls man unseren höchsten staatlichen Stellen glaubt. Sie wird aber dennoch regelmäßig von Politik, Medien und NGOs wiederholt. Es gibt eine gute Zusammenfassung der entsprechenden Daten vom Deutschen Wetterdienst, DWD und dem Umweltbundesamt. Sie sagen eindeutig, dass es keine wissenschaftlichen Beweise für diese Starkwetterereignisse gibt. Mein Namensvetter und IPCC-Gutachter Dr. Habigl Sebastian Lüning hat es in seinem Vortrag Ist das Wetter in Deutschland wirklich extremer geworden? Wissenschaftlich nachgewiesen. Zitat 1 Sebastian Lüning Ist das Wetter in Deutschland wirklich extremer geworden? Vortrag EIKE, Europäisches Institut für Klima und Energie. Durch die regelmäßige Wiederholung der fehlerhaften Aussage werden übernatürliche Ängste der Menschen auf der Basis der natürlichen Ängste geschürt. Wir wissen schon, warum das gemacht wird. Vertrautheit ist nicht leicht von Wahrheit zu unterscheiden, wie Daniel Kahnemann sagt. Es gibt international den Begriff der German Angst. Diese Angstmacherei zur Beherrschung der Massen hat eine lange Geschichte. Das Erzählen der Unwahrheit beim Extremwetter in Verbindung mit dem menschgemachten Klimawandel soll die Bürger dazu bringen, dem Willen einflussreicher Gruppen besser zu folgen. Wichtig ist es, die Angst unmittelbar mit dem Verhalten der Menschen in Zusammenhang zu bringen. Wenn du dies oder das nicht machst, dann wird deine Angst in Realität umschlagen. Du bist schuld. Das Dritte Reich schaffte es, für alles Mögliche einer einzelnen Personengruppe die Schuld geben zu können, auf die sich der Volkszorn richten sollte. Beim großen Teil der Bevölkerung konnten die übernatürlichen Ängste platziert und in Folge angeregt werden. Wir alle wissen, dass das Ergebnis furchtbar war und millionenfachen Tod über beteiligte und unbeteiligte Bürger brachte. Aktuell wird mit der Angst vor Krankheit und Tod mit den Menschen Schlitten gefahren. Jeden Abend läuft die Horrorshow im Fernsehen und den ganzen Tag sieht man ebenfalls Särge, Spritzen und Intensivbetten auf den Internetnachrichtenportalen. Hier wird der Bildinput des schnellen Systems 1 genutzt, um eine übernatürliche Angst zu schüren. Eine neutrale Sichtweise würde einfach Zahlen berichten. Das Bildsystem zusätzlich zu aktivieren, halte ich zur Angsterzeugung in der breiten Bevölkerung für schändlich. Es geht noch eine Stufe schlimmer. Man versucht nicht nur, den Menschen für seine fremden Ziele, Ideen und Ideologien zu beeinflussen. Die Steuerung der übernatürlichen Ängste wurde schon vor über 100 Jahren zur Ausgrenzung von Bevölkerungsgruppen verwendet. Vergleiche mit der aktuellen Spaltung der Gesellschaft drängen sich auf. Das zeigt erneut die Schändlichkeit des Wechsels von der natürlichen Angst des Krankwerdens und dem Tod hin zu einer Lenkung eines künstlichen Zorns gegenüber anderen Menschen. Grauenvoll. So ein Vorgehen ist in Deutschland schon weitaus länger als 100 Jahre normal bzw. gang und gäbe. In jüngerer Zeit hat sich der Begriff der German Angst als Fremdsord im Angelsächsischen verbreitet. Damit bezeichnet man die Angst des Deutschen vor übernatürlichen Ängsten. Wie das funktioniert, können Sie im Buch im Wolfgang Hauke German Angst, Ihre geschichtlichen Wurzeln und Ihre ideologische Auflösung nachlesen. Wann immer Sie Angst verspüren, sollten Sie Ihr rationales, logisches und langsames System 2 des Gehirns verwenden, um herauszufinden, wem diese Angst nützt. Es ist schwierig, eine natürliche von einer übernatürlichen Angst zu unterscheiden. Aber immer, wenn man in dieser Angst von Ihnen ein alternativloses Handeln verlangt, das mag ein spezielles Verhalten oder eine Ausgabe von Geld sein, haben Sie einen Indikator für eine übernatürliche, künstliche Angst, die Sie gefügig machen soll. Wir haben in dem oberen Kapitel Selbst- und Fremdbestimmung über die Fremdbestimmung gesprochen, die zahlreiche Stellen versuchen, bei jedermann durchzusetzen. Mit der Kenntnis dieser grundlegenden Manipulationstechniken menschlichen Verhaltens können Sie sich dagegen mental wehren. Im Vergleich mit den vergangenen Jahrtausenden ist die Welt für uns und unsere Mitmenschen weitaus friedlicher und weniger gewalttätig geworden. Darum soll es im kommenden letzten Kapitel gehen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020